Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Donnerstag, der 19.10.2017. Ihr hört die Geek Talk Daily 228. Und ja, wir schreiben einer der letzten schönen Tage vielleicht von diesem Jahr. Zumindest wenn man diesen Wetterfüchsen, die ständig launisch sind, mal Glauben schenken mag. Aber ja, darum geht es nicht heute, sondern wir machen ja Technik. Technik heisst, ich habe Themen mit dabei, wie WhatsApp, Fossil, Q, Neely und Jacqueline war es, glaube ich. Windows 10 ARM, IntelliMouse, Plex for Android Auto, Moto Speaker, Smart Speaker besser gesagt, Dash Button, Bixby 2, Project Titan und Now. Und irgendwas... Ja, ja, einmal mit Profis. Ich habe gerade bemerkt, dass ich meine AirPods noch unter den Studiokopfhörern im Ohr hatte. Kann man machen, sollte man aber nicht beim Podcasten. Aber eben, diese Dinger, die spürt man einfach nicht mehr. Gehen wir rüber ins normale Geschäft. Sprich, wir haben WhatsApp-News. Bei WhatsApp kann man, was man bei anderen Messagen schon langer kann. Bei iOS ist das systemweit geregelt, jetzt eben bei WhatsApp, sodass man im WhatsApp selber drin nicht nur den Standort, den aktuellen, teilen kann, sondern über einen gewissen Zeitraum, wo man sich befindet, wie man sich bewegt etc. Sehr, sehr praktisch für Eltern und für Kinder etc., um zu sehen, wo sie sind, wenn man sie dann nicht findet oder sie nicht sagen können, wo sie sind. So kann man sich nach und nach annähern. Und natürlich auch für Kollegen, die an irgendwelchen grossen Festivals, Fussballmatches etc. gehen. Eine einfache Geschichte. Nur denkt dran, das Zeug saugt ein bisschen Akku bei euch, logischerweise. Dann gibt es was für Frauenhänden. Endlich mal schöne, sneaker, schlanke, kleine, 36 mm breite Damen-Smartwatches. Gut, ganz so smart sind sie nicht, sind Hybrid-Smartwatches. Und aus dem Hause Fossil. Die Q Nelly und die Q Jacqueline wurden vorgestellt. Coole Namen irgendwie. Jeweils für 179 respektive 199 Euro. Meine Frau hat gesagt, sie würde die Nelly wählen, also sprich das erste Modell. Welches der beiden gefällt euch besser? Einen Link dazu gibt es bei uns in den Shownotes zum Nachlesen beim Cashy auf dem Blog. Bis Ende des Jahres soll es soweit sein. Windows möchte dann die ersten Windows-Geräte, Tablet-Convertibles, 2-in-Ein-Geräte und solche Dinge, raushauen auf ARM-Basis. Das ist ganz spannend. Da haben ja viele Windows-Fanboys und auch Fans ansonsten ohne Boys gehofft, dass das die, wie sagt man so schön, die Grundlage für das Surface-Phone ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt. Es könnte ja doch noch kommen. Was da vor allem mitkommen würde, oder wird, wenn das Ganze kommt, sind sehr, sehr viel mehr Akku-Power. Das klingt sehr interessant, auch für mich, der immer wieder mal an die Steckdose muss. Ein Ding, was ich nie verstanden habe. Die Intelli-Mouse, damals Microsoft, um die Jahrtausendswende. Ein Riesen-Hit, Design-mäßig. Ja, es muss einem gefallen. Mir hat es nie gefallen. Aber es ist eine schöne, trotzdem für viele, Maus, die man im Büroalltag nutzen kann. Und die will Microsoft wieder aufleben lassen. Scrollrad etc. Leider ist noch kein Preis blickant. War früher schon nicht die günstigste. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt kostet. Aber ja, gute Dinge kosten halt sein Geld. Plex gibt es ja zu Hause für das Smart Home oder Smart Home für das Smart Multimedia-System, um früher Filme, Mittelwein, auch Bilder und alles Mögliche auf den grossen Schirm zu bekommen. Mittelwein wurde die App jetzt optimiert für Android Auto. Heißt, man kann das Ganze jetzt besser auf eben diesen Android Auto-fähigen Geräten abspielen. Buttons wurden vergrössert und solche Geschichten. Und natürlich Sprachbefehle hinzugefügt. Alles sinnige Dinge. Ausprobieren, wer über so ein Android Auto verfügt. Dazu übrigens auf dem Geektalk underscore CH auf Twitter-Account habe ich gestern eine Umfrage, Hashtag GT-Umfrage gemacht, ob man beim neuen Autokauf auf Android Auto oder CarPlay, mein Gott, setzen würde. Wenn ihr mögt, könnt ihr dann noch teilnehmen. Ein paar Stunden geht die Umfrage noch. Ansonsten dürfen nachher auch Menschen reinkommen, logischerweise. Um noch ein bisschen in dem Bereich Audioassistenten zu bleiben. Die Moto, Moto Smart Speaker ist so ein Mod. Es gibt ja diese Dinge, die man hinten auf die Motorola-Dinger pappen kann. Vom Beamer über Extra-Boxen, über alles mögliche. Objektiv für die Kamera etc. Jetzt gibt es eben so einen weiteren Lautsprecher, den man da dran pappen kann, der zusätzlich Alexa integriert hat. Ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, Hashtag kann man machen. Auf Hochdeutsch kann man machen. In Klammer muss man aber nicht. Amazon bringt aber auch weitere Dash-Buttons raus. Das sind so die Dinger, wo man einmal drauf drückt und dann wird gleich eine Bestellung ausgelöst. Mittlerweile gibt es die auch mit, ohne Werbung zu machen, für Kaffeeanbieter, diverser Couleur, für Windelhersteller, für, was haben wir da noch, Putzelemente und Systeme und noch ein paar andere Dinge, die ich jetzt nicht gerade identifizieren kann. Aber ja, wer noch nicht genügend hat, sollte sich da was bestellen, damit er nachher bestellen kann, vor allem. Samsung, seine jährliche Entwicklerkonferenz hat gerade gestartet und da will man weitermachen mit dem Versprechen 2020. Was ist das genau? Bei Samsung hat man 2015 beschlossen, dass man ab 2020 nur noch Geräte herstellen wird, die mit dem Internet verbunden sind. Heisst, alle Samsung-Devices können dann mithören. Egal, ob in der Küche, der Toaster, ob im WC, das WC-Bürstchen. Ne, machen die das? Ne, wahrscheinlich schon. Oder der Panzer in der Garage. Alles soll mit dem Internet verbunden sein. Internet of Things ist da eine grosse Geschichte. Das grosse Problem von Internet of Things ist ja, dass jede Firma eigene Standards hat und die irgendwie durchdrücken möchte. Bei Samsung ist es noch wilder, die haben etwa vier oder fünf Untergeschichten, also eigene Unterstandards. Und da hat man ein bisschen ziemlich gehörig aufgeräumt, denn mit dem Zukauf von Smart Things unter genau diese Fahne hat man jetzt die ganzen Dinge runtergeprügelt und auf eine Plattform gebracht, nach wie vor offen für andere, mein Hersteller, aber auch andere Schnittstellen. Wer möchte, kann sich bewerben, Invite Only, um Zugriff auf die SDK sowie die APIs davon zu bekommen. Ich bin mal gespannt, welche Geräte ab 2020 dann nur noch mit Internet zu haben sind. Zahnbürste hätte ich gern mit Internet. Meine ist zwar schlau, aber hat nur Bluetooth. Na dann, Project Titan. Apple soll ja anscheinend immer noch an diesem ominösen Auto arbeiten. Der Herr Cook hat ja zu Beginn des Jahres gesagt, dass das Auto ein sehr, sehr interessantes Gebiet sei für sie. Wir dürfen gespannt sein, was da kommt. Mittlerweile gibt es wieder ein paar neue Gerüchte und die werden dann natürlich immer ein bisschen durchs Dorf getrieben und manchmal auch hier durch die Daily, wie ihr gerade hören könnt. Dann zum Abschluss habe ich noch ein kleines schweizerisches Thema. Es ist soweit, ein weiteres Schweizer Newsportal hat die Welt erreicht. Das Internet, das schnelle Netz erreicht. Hier möchte man mit 50 Mitarbeitern, wenn ich es richtig im Kopf habe, täglich die schnellsten sein. Und vor allem das Ganze live mit Videoreportern. Ich bin gespannt. Video ist sehr ein interessantes Medium. Und ja, drück mal den Jungen und Herren, Damen und Frauen, mein Gott, Damen und Herren, fleissig die Daumen und werde das natürlich verfolgen, was sie da so treiben und machen. In diesem Sinne, alles Gute, liebes Nau-Team. Und ja, euch, liebe Hörer, einen wunderschönen, vor allem erfolgreichen Tag. Geniesst, wenn ihr könnt, das Wetter. Und wir hören uns morgen das letzte Mal diese Woche. In diesem Sinne, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.